Dass viele Mitglieder der britischen Royals oftmals für einen Spaß zu haben sind, bewies Prinz William, 39, während er die englische Fußball-Nationalmannschaft der Frauen besuchte. Obwohl er zu dem Termin im dunkelblauen Anzug und braunen Wildlederschuhen erschien, ließ er es nicht aus, sich selbst am Ball zu probieren. Vor dem Start der Europameisterschaft im Frauenfußball zeigte der 39-Jährige, was er so am Ball drauf hat. Im Video sehen Sie die sportliche Leistung des Royals. William gibt vollen Körpereinsatz. Die britische Daily Mail hat Videoaufnahmen der Trainingseinheit veröffentlicht. Diese zeigen unter anderem, wie William voller Elan auf den Fußball zuläuft, ihn gekonnt in Richtung Tor kickt und anschließend die Hände im Jubel nach oben reißt. Auf Fotos vom Nachmittag ist er zudem unter anderem im Gespräch mit den Spielerinnen zu sehen.